So, jetzt Leute, einen kleinen Vergleich von Leslie Batterien. Einmal die Gold, einmal die Peony und einmal die Crackle. Wir fangen an mit der Gold. Jetzt geht es gleich weiter mit der Peony. Und als letztes noch die Crackle von Leslie. Jetzt mein Fazit zu diesen kleinen Batterien. Sind recht gut, Gold, Peony und Crackle. Bei Peony haben sie wahrscheinlich das Label vertauscht, war auch Crackle. Aber für 2,99 Euro ist das eine echte Kaufempfehlung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.